Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe und nein, ihr habt euch nicht verhört, ich nehme aktuell mit dem internen Video von meinem Laptop auf, ich weiß die Qualität nicht so toll, aber das Video ist trotzdem, denke ich mal, für einen oder anderen hilfreich. Heute geht es um das Thema Webcams, Aufzeichnungen mit Open Broadcast, wie funktioniert das und so weiter, ist eigentlich furchtbar einfach und zwar genauso wie ich den hier, wie ich hier, dem hier hinzugefügt habe, mein kleines Wasserzeichen Symbol, genauso kann ich auch die Webcams hinzufügen. Ich mache hier einen Rechtsklick, sage hinzufügen, dann habe ich den Punkt Videoaufnahmegeräte, klicke ich drauf, dann können wir natürlich noch den Namen erstellen dafür, ich würde sagen Webcams Notebook 2017, klicke auf Enter und Hallöchen, da bin ich nämlich schon. Dann haben wir hier eben noch verschiedene Einstellungen, die wir tätigen können, wir können es deaktivieren, wir können das Video hier konfigurieren, verschiedene Sachen noch einstellen hier, wir können Cosma konfigurieren, wir können es deaktivieren, wenn die Quelle nicht angezeigt wird, wir können die Geräteauflösung FPS Typ einstellen, so wie es hier ist zum Beispiel, nehmen wir HD, wir haben hier den Farbraum, Juma Festplatte, Farbpalette meine ich natürlich, Provorum haben wir und Audio Ausgabe.